Es funktioniert ja eben alles. Man kriegt seine Reise gebucht, man wird abgeholt, man wird chauffiert, man wird mit allen Fragen nicht alleine gelassen. Und das ist eben das, was man erwartet und das ist hier auf höchstem Niveau. Es ist ein Gesamtpaket. Das sind diese freundlichen Menschen, die mir hier gegenüberstehen oder die mich auch an jedem Tag begleitet haben und die mir gezeigt haben, dass ich hier willkommen bin und dass ich gut behandelt werde. Das macht DENTA Prime im Großen und Ganzen auch aus. Vielen Dank.